dann wollen wir okay ich kann nicht rein nein ich stehe noch davor da steht hier andere spieler kämpfen bereits ich konnte mich rein ich werde mal sehen ich hätte jetzt geil geholfen aber irgendwie wollte ich mich dabei haben ok die maschinenpistole von liftman ist ziemlich effektiv gegen diesen hätten die katze er packt an der wand fest das könnte mein vorteil sein ja du hast ja ein paar minuten zeit typ wasser ist nicht gut gegen elektro du kannst auch gucken was gegen was effektiv ist welches element gegen welches element wie doof ist das denn warum konnte ich da jetzt nicht mit rein das weiß ich auch nicht ich wollte ja eh eine short eigentlich aufnehmen aber ok ich habe obs doch so ein extra für shorts für tik tok und instagram was wollte ich eigentlich starten für den bosskampf ja 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 kann man in so einem kampf ans essen denken seo ganz verfressen des palle ist also bloß nicht kann Okay. 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 Wenn das jetzt nichts wird, dann können wir gleich nochmal probieren. Ja. Es geht ja eigentlich, dass man zu zweit rein kann. Ich glaube, wir haben einfach das Timing verpasst. Ich glaube, die Zeit ist mein größtes Problem. Ja. Ja, hier ist ein Händler mitten auf dem Feld. Ach so, ein Fliegender wahrscheinlich. Nö, sonst fiel ich lieber. Ich verkaufe Pals. Ich habe gerade ein Pals für 13.000 gekauft. Ich hoffe, ich hatte den noch nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Oh, lad endlich deinen Rückstoß auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Rechtsab Resource. Dass sie zum Oh ja. Ah. Oh ja. Und zwar nicht eine Person zu signalen. Was wird knappen? Was wird knappen? Eigentlich kommst du ganz gut mit der Zeit hin, ne? Er hat nicht mehr viel. Das sollte drin sein. Jawoll. Eliminiert. Geschafft. Sehr cool. Ja. Vielen Dank.